Den 65. Part von Let's Play Life is Strange 2 Episode 5 Wolves starten wir hier, indem wir versuchen, unsere Handschellen aufzubrechen. In diesem Verhörraum der Grenzpolizei nehme ich mal an. Aufbrechen? Natürlich nicht. War ja klar. Der Polizist dürfte bald zurückkommen und ich glaube nicht, dass wir hier entkommen können. Nein, glaube ich nicht. Außerdem werden wir ja beobachtet. Hm, da ist er wieder. Aber ohne Kaffee. Er hat uns im letzten Part einen Kaffee versprochen. Doch, da ist er, der Kaffee. Kaffee trinken. Okay. Verdammt. Gerne? Nein. Oh, verdammt. Ja. Kaffee wird mir so viel besser fühlen. Okay, und jetzt? Müssen wir warten, bis er auf uns aufmerksam wird? Oder... Tun wir noch was tun? Ah, mal schauen. Hat er nicht verdient. Gees. Das ist ziemlich ein Kaffee. Es ist schwer zu glauben, was Kinder können heute Abend machen. Kaffee... 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 Vandalizing... A motel room. Caught in a... Another weird explosion... At a pot farm in California. Then you join a... Religious commune in Nevada. Hm? Oh. Which ends up... Burnt to the ground. Und... We're not even halfway down the list. One of those things you could get away with. But not all that. Hm. Da hat er wohl recht. Was auch immer. Ich kann's erklären. Nee, ich kann's nicht erklären. Sonst müssten wir Daniel offenbaren. Was auch immer. Whatever. Yeah. Whatever. Keep your... Teenage-Krisis for Agent Flores. She's on her way. She spoke to your mother. Who took responsibility for the church fire. Das ist nicht wahr. Sie erzählt viel. Sie erzählt viel. She sells a lot. Who cares? You don't have any proof. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey. It's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. I really do. But... Denying what you did will only make things worse. Ich musste es. Nicht meine Schuld. Puh, Leute. Beides sehr gut. Ich sag mal, nicht meine Schuld. Ich glaub, da ist eins so falsch wie das andere. Aber ich sag mal, nicht meine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Alles, was ich getan habe, war versuchen, zu überleben. Yeah. Ich glaube, du hast es. Du weißt, ich habe das Report gelesen. Du sagst, dass Officer Matthews' Tod ein Erkrankung war. So, warum hast du nicht für die Polizei gewartet? Niemand hätte es geglaubt. Ich bekam Panik und dann war es zu spät. Beides. Ich meine, nochmal. Der hat unseren Vater erschossen. Ja. Ähm. Beides hier auch war. Niemand hätte es geglaubt. Ich bekam Panik und dann war es zu spät. Ja. Ich sag, ich... Ich sag B. Ich panik. Okay. Dann war es zu spät. Wir waren bereits kriminell. Well, es ist kein Grund, zu machen, dass es etwas schlimmer ist, bei einem Weg zu gehen, Kind. Die gute Nachricht ist, dass dein Bruder zu jung, zu werden. Er wird mit deinen Eltern, wenn sie ihn wollen. Aber du hast ein paar Jahre lang, zwischen Bars. At least, er wird ein Leben. Zufällige Unfälle, wir sind super Bösewichte. Nee, das sagen wir nicht, weil da verstehen Polizisten keinen Spaß damit. Zufällige Unfälle. Was ist das? Sir? Ich glaube nicht, dass du... Keep dein Arsch in der Seat. Sean! Du bist okay? Wie fühlst du? Ich bin okay. Ein bisschen Schmerz. Hold on. Dude, wir müssen gehen. Hold up. Ist er okay? Ich wollte dich retten, aber ich musste benutzen meine Macht. Ich wollte nicht mehr schmerzen. Er ist okay. Ich bin okay. Sie sind alle Leute? Hey! Hey! Ron! Ich bin hier! Ich bin hier! Ron! Wer sind diese Leute? Well, Carla und Diego, sie kamen aus Mexiko und wurde in die Schrauben für sie Was? Die anderen? Sie sind diejenigen, die dich versuchen, zu schießen. Was? Sie wurden gebrochen? Gut. Ich gehe zu hell. Oh, das Paar? Können wir dich jetzt befreien? Ich dachte mir doch, ihr euch hat es gehofft. Befreien. Hold on. Wir werden dich rausziehen. Daniel? Wow! Das ist es! Danke. Vielen Dank. Okay. Espere mich hier. Bis ich das herausfinde. Natürlich. Okay. Heilige Mutter! Wie hast du das gemacht? Wie? Wollen wir versuchen, mit diesen morons zu machen? Wat the fuck are you? Dich rächen! Befreien! Was tun wir, Leute? Wow! Wauaah! Wauaah! Grazie. Er scheint wirklich ein netter Mann zu sein. Also sie ist die Blöde von den beiden. Leute. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, Leute. Nix tun. Ah, okay. Aus dem Polizeirevier flüchten. Wenn wir die jetzt rauslassen, könnten die uns festhalten. Ich mach mal nix, Leute. Es ist... Das glaube ich auch. Er ist für den Kampel. Okay. Gut. Oh, shit. Geh' nicht! Geh' nicht! Warte! Bleib' zurück, Daniel. Lass mich denken. Sean, was mache ich? Richtig. Ich muss etwas finden, um ihn zu stoppen. Wir haben viele Alters, sie sind runter! Schau' sie! Was ist mit dem Feuerlöscher? Der wird doch ganz... Sie sind gefährlich! Sei vorsichtig! Wir wählen, wenn wir sie brauchen. Entstanden? Ah, Feuerlöscher. Feuer extinguisher! Ein bisschen Nebel. Was ist passiert? Ich bin... Ich bin... Spinnend. Ich will euch nicht direkt angreifen. Schau' sie, Locker. Ah! Ich... Ich... Ich wollte nicht mehr jemanden schmerzen. Du hast uns geschraubt. Du hattest keine Wahl. Jetzt... Wir fangen. Sean, ich glaube, unsere Fähne sind da drin. Oh, Scheiße, ist noch hier. Gut, gute Nachrichten. Dein Brotpack ist da drin, Sean! Geh' ihn! Was? Wo ist es? Hey, wo geht's? Dein Brotpack ist da drin. Dein Brotpack ist da drin. Geh' ihn zurück! Schau! Geh' ihn! Geh' ihn! Ich bin sofort zurück. Okay, aber schnell! Geh' ihn! Okay, Leute. Okay, was ist das? Ansehen. Walkie-talkie. Er muss wirklich gefeiert werden, dass er so viel Effort in das zu tun hat. Gewehr ansehen. Nachdem... ... 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 Okay... Kissen. Okay. Ja, lass uns beiehen. Ja. Allerdings. Take it out, Daniel. Que Dios los bendiga. Okay, go, go! Let's roll, Daniel. Hurry, Sean! Drive! No... nobody is chasing us. Not yet. Emergency! This is an all-point bulletin for every unit in the area. Multiple prisoners, two adults, and two teenagers have escaped from the El Rey police station. They are considered armed and dangerous. Repeat. Are... we still going to Mexico? Yeah. We got nowhere else to go. Sean. It's the... fourth of July. Our... first one without Dad. You're right. Remember... how... he was sowing the firewoods... every year? He always... made us go too early... so we could get a good spot. I know. He is so corny. He said he was proud to live in this country. You're right. He was a very young man. He's a young man. Getting something to find him. My girl's little girl... I'm a young man. I'm a young man. You know... I'm a young man. Shit. Sean, was are we gonna do? Sean! Sean Diaz! It's over! Don't make this worse! Get out of the car! Slow! Wave your head above your head! Do exactly what I say! You know that day... In Seattle... The day Dad was shot... I think about it everyday... And I would give anything... To change what happened... But I can't... I'm sorry for my mistakes... I tried my best... I swear... Sean... I'm so proud of you... And I know... Just like Dad would be... We both learned a lot together... But you can make your own rules now... If we surrender... They will separate us, Daniel... And if that happens... Promise me that... You will always do the right thing, okay? Don't... Waste your power... Be smart... Like you already are... I don't wanna be separated... Whatever happens... It's not too late to surrender... Always remember... That you're Daniel Diaz... I promise Sean... A trap... You can trust me... Please... Get out of the car... Come on... There's no way out... This is our last warning... So... Listen up... How does the story of the Wolf Brothers end? Step out of the car... Now! Tja Leute... Grenze überqueren... Oh... Mit Daniels Kraft... Euch stellen... Also die Agent Flores macht keinen guten Job... Sie sagt... So... Man soll ihm vertrauen... Und dann keift sie die ganze Zeit durch dieses blöde Ding... Statt dass sie sich selber ihm nähert... Äh... Unbewaffnet sagen wir mal... Um mit ihr zu... Um mit denen zu... Zu reden... Äh... Das würde ich zumindest von so einer Agentin erwarten... Die ja Angelie so super professionell ist... Leute... Wie würdet ihr euch entscheiden? Ähm... Ich mach mir meine Gedanken... Bis zum nächsten Part... Könnt ihr auch... Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben... Wie ihr euch entscheiden würdet... Ich hab schon ne Tendenz... Und... Ähm... Ich glaube ihr... Könnt euch schon erraten... Welche Tendenz ich habe... Also Leute... Wir sehen uns dann im nächsten... Und vermutlich im letzten Part wieder... Von... Let's Play... Life is Strange 2... Bis dahin... Tschau... í... Nh...